Und zu den steigenden Energiekosten und den Konsequenzen für die Verbraucherinnen und Verbraucher hat Detlef Flinz, Wirtschaftsredakteur beim Bestdeutschen Rundfunk, folgende Meinung. Er ist da, der Preisschock. Gut so, denn nur wenn Öl und Gas spürbar teurer werden, kriegen wir die Erderwärmung in den Griff. Mehr Windräder und Solarenergie? So lange können wir nicht warten und sollten froh sein, dass wir gezwungen werden, Konsum und Produktion zu ändern. Achtsames Heizen, weniger Energiefresser im Haushalt, keine Kurzstreckenflüge, aber auch zum Beispiel Stahl moderner herstellen oder Aluminium. Und wollten wir das nicht sowieso? Nur das jetzt, die Märkte das Tempo diktieren und nicht mehr unsere viel zu zaghafte Politik. Bitte also keine Diskussion darüber, wie wir, ähnlich wie Junkies, wieder an billigere fossile Rohstoffe kommen. Sondern lasst uns klären, wie wir klug davon wegkommen. Dafür brauchen wir allerdings auch einen Umbau unseres Sozialsystems. Viele sind so arm, dass ihr Leben permanent abgefedert werden muss. Hartz IV, Wohngeld, Kleiderhilfe und so weiter. Und jetzt kommen vermutlich noch ein Energiegeld und andere Maßnahmen obendrauf. Das muss wohl auch kurzfristig so sein. Aber wir spüren ja schon jetzt, die Energiewende, sie wird dauerhaft teuer. Und wollen wir raus aus dem kaum noch regelbaren Dickicht von Einzelhilfen, müssen, ganz simpel, die Reichen ein bisschen ärmer werden und, im Gegenzug, die Armen ein wenig reicher. Etwa durch ein ordentlich ausgestattetes Grundeinkommen. Die Idee gibt es schon. Und die Gelegenheit ist günstig. Es laufen ja gerade Koalitionsverhandlungen. Die Meinung von Detlef Flinz Die Bild titelte am 31.08.2022 Ist das noch unabhängig? Grünen Politiker kommentiert in der ARD und freut sich in den Tagesthemen über teure Energie. Detlef Flinz, 64, grüner Kommunalpolitiker, bejubelte in den Tagesthemen den Preisschock bei Öl und Gas. Gut so, sagte er. Detlef Flinz ist seit Oktober 2021 Grünen-Mitglied, seit Juni 2022 Teil des Grünen-Vorstands im Stadtverband Greven-Bräuch und gleichzeitig Wirtschaftsjournalist beim WDR. In dieser Funktion kommentierte er regelmäßig in den Tagesthemen. Brisant, dass Flinz grüner Politiker ist, wird von der ARD nicht transparent gemacht, obwohl möglicherweise Interessenkonflikte zwischen seiner Arbeit als Journalist und der als Politiker bestehen. Die Meinungen, die er zur besten Sendezeit in den Tagesthemen-Kommentaren vertritt, sind auffällig nah an der grünen Parteilinie, ohne dass die Zuschauer wissen, dass er dort Mitglied ist. Grüner WDR-Redakteur hat auch Mao gefeiert. So berichtete es die Wall Street Online am 31.08.2022. Der WDR hat sich von seinem Redakteur, Detlef Flinz, Grüne, distanziert. Dass der in der Partei Ämter übernommen habe, habe der Sender, ich füge hinzu, angeblich nicht gewusst. Andererseits war Flinz' Engagement auch nicht geheim. So berichtete unter anderem die Rheinische Post im Juni darüber, dass er Schriftführer der Grünen im Stadtverband Greven-Bräuch ist. Der Beitrag, grüner WDR-Redakteur, hat auch Mao gefeiert, erschien zuerst auf Tihis Einblick. Demnach feierte Flinz Chinas blutigen Diktator Mao als ein Mann mit echtem Weitblick. Von all dem will der WDR nichts gewusst haben. Es ist schon bezeichnend, wie die öffentlich-rechtlichen Medien versuchen, ihre Ideologie und Propaganda zu verkaufen. Dieses Framing ist nicht mehr hinzunehmen, es ist reines Staatsfernsehen. Der Bildungs- und Informationsauftrag wird schon lange nicht mehr erfüllt. Die Redaktionen buhlen um die Gunst der Politiker und verkünden deren Wahrheiten. Sie biedern sich an, wie hier in dem Flug nach Kanada in der Regierungsmaschine mitfliegen zu dürfen. Natürlich wird dann wunschgemäß berichtet. Man möchte ja beim nächsten Mal wieder dabei sein. Die Öffentlich-Rechtlichen lassen sich nicht reformieren. Sie gehören sofort abgeschafft. Schreibt mir bitte dazu eure Meinung in die Kommentare. Wie immer bitte ich euch, meinen Kanal kostenlos zu abonnieren. Drückt auch die Glocke, um keine weiteren Videos zu verpassen. Teilt dieses Video und liked es. Vielen Dank.